Ein gutes Konto sollte genau dort sein, wo ich bin. Und ich bin mittlerweile überall. Hören Sie mich nicht, nennen Sie das. Es ist überall, überall, wo ich hinschaue. Ja, und dann ist es natürlich wichtig, dass man von überall her Zugang zu seinem Konto hat. Mit Computer, Handy, Apps und allem, was es halt sonst noch gibt. Gewaltig. Man kann es auch überall machen. Das ist das. Trotzdem, selbst das beste Online-Konto kann eins nicht ersetzen. Mein Berater. Wenn es um mein Konto geht, ist nur eine Bank meine Bank. Raiffeisen. Meine Bank.